Oh, ein Emerald. Oh, die sind gut. Die brauchen wir für ein Autonomous Activator. Eben, genau. Damit können wir dann automatisch sieben. Yay. Das wär geil. Was? Wir haben sogar Ancient Spores. Boah, geil. Das ist gut. Das ist ja eine. Man, das läuft jetzt echt gut, ey. Ancient Spores reicht ja eine. Wrongs Grid. Brauchen wir aber auch wieder Dreck für. Ist ja egal. Haben wir ja praktisch schon endlich Dreck. Ja, bald. So, Eisen kommt. Haha. So werden die Blätter teilweise grün. Versteh ich nicht. Ach so, weil ich da mal drüber gehe. Okay. Ah ja. Haben wir mittlerweile eigentlich die Redstone? Ähm, müssten wir haben. Nicht viel, aber ein klein wenig. Vier Stück, ja. Belege ich gerade, ob wir dann, ähm, Storage Wars schon mal das erste machen. Da brauche ich zwei Redstone für. Na guck mal, ein paar folgende Upgrades habe ich ja schon. Ja, ich weiß. Aber da fehlt eben noch das eine. Ja, mach so. Mit den beiden Pistons. Du erinnerst dich? Ja. Ach, wir brauchen noch Metall. Haben wir dafür zwei. Haben wir zwei Eisen oder? Ja, sicher. Macht Frank ja gerade. Eisen mache ich gerade genug, ja. Aber ich brauche selber drei Stück. Ich mach nur zwei. Ja, warte, ich gieße es doch noch schnell. Ja. Hör ich häufig, ne? Geht zu meinem lokalen Händler, will Eisen haben, sagst mir, oh ja, warte, ich gieße es doch noch schnell. Ja, hallo, frisch von der Schmelzerei, also besser geht's nicht. Ja. Ist hochqualitativ. Angeln ist Decken nicht, ne? Nee. Bäh. Du brauchst jetzt acht feier Invertatsplätze. Ja. Flint Eastwood. Flint Eastwood. Ja, genau. Wie viele Eisen brauchst du jetzt? Zwei. Zwei. Jo. Vielen lieben Dank. Kein Problem. Immer wieder gern. Schmerz. Sechs wuchzig. Sechs wuchzig. Ja, ich muss auch sehen, wo ich bleib. Halt den Lenschen brauch ich noch. Ich geb dir einen sehr nützlichen Tipp, bleib am besten auf dieser Plattform. Ha, okay. Das nehm ich mir zu Herzen. Darunter macht sich nicht so gut, weißt du? Habe ich schon feststellen müssen, ja. Feststellen dürfen. Nein, müssen in dem Fall. Wer hat dich denn dazu gezwungen? Er wär wohl. Naja, das Spiel, eher gesagt. Gewebte Baumwolle, das macht so viel Sinn. Mhm. Natürlich. Warum sollte es nicht Sinn machen? Hallo? Weil ich die gewebte Baumwolle aus Spinnenseite bekomme. Ja. Ja, Spinnenbaumwolle halt. Kennst du nicht? Nee. Ach komm, Huhn, gib mir ein Ei. Du Unwissender. So, fertig. Storage war's, das erste ist fertig. Schön. Ich nehm die mit der Reward-Bag. Ich kann grad nicht, hab das Inventar voll. Alter, ich hab nur ne Basic, schade. Ja, Müll. Nein, Huhn. Nicht. Böse. Böses Huhn. Nein! Hör auf! Das mach ich jetzt nicht hier. Ich glaub ich geh jetzt ein bisschen angeln, ne? Dann, angel mal. Dieser funktioniert das Safari nicht. Nö. Warum? Weil's als U nicht annimmt. Das heißt, muss man doch nen Golden Lasser nehmen. Die sind ja glaub ich mehrfach verwendbar, ne? Äh, ich glaub schon. 22 Brote kommen jetzt wieder. Sehr geil. Vor der... Mhh, Brot. Angel auf dem Server ist immer so Frickelarbeit. Eigentlich schon, ja. Weil man weiß immer nie, ob die Angel jetzt wirklich eingetaucht ist oder nicht. Das hörst du ja am Splash. Naja. Wenn der Splash denn wirklich rechtzeitig und nicht verzögert ankommt, ne? Naja, okay. Aber es läuft grad recht gut. Also wir können eigentlich das gesamte Essen jetzt in das Barrel reinhauen, oder? Rein theoretisch. Also alles außer Brote natürlich. Ja, ein bisschen Vielfalt ist schon nicht schlecht. Ja, es gibt gleich Fisch bei mir, also... Ich mein nur, weil dann können wir ja mehr Edit ausmachen. Wenn die Kartoffeln durch sind, können wir dann richtig schön Fisch und Chips machen. Oh, was hast du genommen? Äh, von Reward Bag. Die mittlere. Oh, halt. Das muss ich auch noch nehmen. Hast du irgendwer schon was genommen? Ne, ich hab mein Questbuch nicht mehr, ich muss mir dann noch eins holen. Ich hab, ich hab noch zwei irgendwo reingelegt, also da liegen noch welche. Das ist Basic, dann nehm ich die. Die rechte ist... Die ist auch Basic. Das heißt, die linke müsstest du dann nehmen. Mal versuchen. Ping, 20 Leben. Was? Die linke ist auch Basic. Uh, ein Mysterious Magnet. Level 8. Natürlich. Das ist extrem gut. Weil der irgendwie ne Range von, ich weiß wie viel hat. Was kann der? Ach, du weißt es. Der kann Items einziehen. Wenn du kurz was fallen lässt. Wenn du mit Angeln kurz Pause machst. Nein, ich kann nicht. Ja, wenn du was angelst, den zieh ich ja zu mir. Der fliegt dann ja zu mir und dann kannst du ihn ja wegkrallen. Jaja, ich stell mich mal hier hin. Ich glaub, die Range müsste passen. Ja, ich werf die mal neu aus. Irgendwie läuft da nichts. So. Ne, ich glaub, die ist immer so am Rand. Also ich bin aber hier wirklich grad im Wasser drin. Sorry. Spätestens jetzt bin ich wirklich im Wasser drin. Sieht so aus, ja. Diese Spannung. Nebenbei wächst das Ried. Ist doch grad eingesunken. Ach, was soll's. Nochmal. Ich ernste das Mord. Ich angel dann weiter. In der Wüste. Jo. Ist das was angemessen? Okay, ist doch zu dir geflogen. Okay. Dann wird das wahrscheinlich alles gehandelt. Dieser Mysterious Magnet zieht eben Items ein. In der Umgebung. Ich glaub, die haben das mit dem Fishing in der Zeit auch ein bisschen... Ach, hab ich aber grad... Ich hab das grad aus dem Augenwinkel gesehen. Da ist plötzlich ein Item zurückgeflogen. Hey, du kannst den Bouberang spielen. Das haben wir alle möglichen. Ja. Während ich für den Lebensunterhalt sorge, spielst du mit den Magneten rum, also... Du fahrtest einfach nur. Was denn? Was? Ja, darfst du haben. Ich hab ihn den Fisch geklaut. Gib den wieder her, bitte. Ich warte die ganze Zeit so schreck hinter ihm, dass er mich nicht sieht. Dann nutzt du eigentlich eine normale Angel? Ja. Wir haben noch viel bessere Angeln. Ja, aber die eine war eh schon da. Die lag auch noch oben, also... Ach so. Ne, diese Ried Fishing Rods. Sind die wirklich besser? Ja. Ist ein Mariculture. Okay, die bringen uns da nichts. Ist gut, ich hab nichts gesagt. Hühner, habt ihr Eier gelegt? Immer noch nicht. Böse Hühner. Böse Hühner. Sehr, sehr böse Hühner. Hühner, warum habt ihr nichts gelegt? Ja. Das könnte ja irgendwie so ein Grünemeyer-Song sein. Hühner! Eigentlich war das eine Abwanderung von einem Song von den Ärzten, aber... War das die erste? Ja, stimmt. Junge, warum hast du nichts gelernt? Ja, ich... Warum hast du nichts gelernt? Ja, ich... Und wie du wieder aussiehst... Ja. Was ist denn jetzt? Löcher im Gefieder. Beständig dieser Lärm. Kann ich das inzwischen flamen? Immer noch nicht. Bäh. Okay. Äh, Blocklight 7 brauchen die Mops, oder? Was? Unmöglich. Blocklight 7. Mach doch einfach komplett zu. Ja, mach ich doch. Es ist schon komplett zu. Ich will bloß, dass die Lichter schön ausschauen. Okay. Und du darfst übrigens gleich mit schlafen. Juhu! Ich wollte schon immer mal schlafen. Ne. Naja, also im Zweifel stehen die Betten an zwei unterschiedlichen Enden des Raumes. Ist auch besser so, glaube ich. Mit dem Frank ist das egal, der schaut was auch so. Mit seiner Betsy? Wie hieß die? Ja. Betsy? Betsy? Ja, egal. Ne, die hieß nicht so. Doch, ich glaube... Doch, ich... Wer dieses Video sieht und versteht, wovon wir reden... Was ist denn im Säule? Eben. Also der hat auch die früheren Videos schon gesehen und damit ist der gleich unglaublich beliebt bei uns. Ja, genau. Wird uns neuer bester Freund. Oh. Auf Facebook? Ja, auch. Naja, hab ich nicht, aber okay. Ja, ich verwende es nicht gescheit, also. Es funktioniert! Schön. Juhu! Boah! Hoppala, jetzt brauchen wir noch diesen Vacuum Hopper. Ja, wie gesagt, ne, ich... Oder ich stelle mich daneben und ziehe die Items raus. Das ist ne Idee. Ja, du ziehst echt die Items raus. Oh! Kann man... Kann man Leute nicht mehr angeln im Multiplayer? Nö! Der angelt euch nicht durch! Hahaha! Oh! Warum lebt der noch? Wer? Da ist ein Creeper drin? Der hat was weiß ich was für komische Effekte drauf. Klar lebt ihr! Decaying... Was? Was? Nein! Das ist ein Boss Creeper irgendwie. Der Rare Decaying Creeper of First Aid! Was? Was? Soll ich mal mit meiner Pfanne... Mit meiner Pfanne reinschlagen? Oh mein Gott! Ähm... Creeper the cancerous sogar! Ganz schnell weg wieder, ne? Ja klar, aber ich kann da so gar nicht ran, wenn du es mir zubaust hier. Warte, ich hab nen kaputten Bogen. Fast kaputten Bogen. Das ist ja verdammt feige, ey! Boah! Was hat der gedroppt? Ein Inbar schwer mit Schärfe 2 und Looting 1. Schmelz das ein, wir bauen das Inbar. Ähm... Weißt du warum das nicht klappt? Warum? Was? Als ich dir die Zahl gesagt hab, stand ich hier. Ja, warum? Ne ne, es klappt ja. Es klappt doch wunderbar. Es war nur eben dieser Boss Creeper. Wieso spawnen da Boss Creeper? Weil die überall spawnen. Ich will da jetzt schönes Glas eben haben. Willst du mir die Sachen aufsammeln, die da alle sind? Moment. Moment, bin gleich da. Oh, da machst du's zu. Das geht auch. Kann ich das aber durch Blöcke durchziehen? Seinbar. Bravo. Die hat einer überlebt. Jetzt geht's ab. Achso, die Angry sollen mich überleben das. Creeper lebt auch noch hier drin. Das dürfte eigentlich ein 30er Drop sein. Also... Ui. Sie sind... gut drauf. Sollen wir mal einen Hopper hier hinfucken vielleicht? Oder so? Ja. Vacuum Hopper. Dachte ich so. Ja... Ich hab doch nicht mal... Wenn du mal aufhören würdest mir das immer zu sagen. Ich hab nicht mal ne Möglichkeit bis jetzt, ähm... Ob sie dann herzustellen. Wir haben die Crucible da Slava drin. Und dann brauchen wir eben diesen und so weiter, ne? Eben. Und den haben wir noch nicht. Ja, dann machen wir den doch jetzt einfach mal. Ja, dann mach den auch mal. Sag nicht immer, dass ich endlich fertig sein soll mit etwas, womit ich nicht mal anfangen kann. Hier... Wieso kannst du damit nicht anfangen? Weil ich an was anderem beschäftigt war. Achso. Mädels. Gehen die Angeln jetzt halt da rein, so. Zicklenkrieg. Ungläublich, ey. Das hatten wir schon einmal, das muss man nicht nochmal haben, ne Frank? Ne? Was? Du hast das Video nie gesehen, was ich, ähm... Wo ich, ähm... Die Geschwindigkeit vorgespult hab und dann wir alle schneller geredet haben. Ähm... Ich? Ne. Ich? Ja, eben. Ja, aber ich hab das auch irgendwann mal gemacht. Achja, das hab ich im System Shop mal gemacht, ja. Ähm... Ah? Ja, als wir, als wir versucht haben, den Basketball Cop zu treffen. Achso. Ähm... Ähm... Nicht Sam... Ich denk immer Sam... Nein, irgendeine Extruder. So. Grote, Leute. Grote. Der braucht... Eisen. Ganz viel Eisen. Ist jetzt die Frage, soll man das vielleicht noch ne... nochmal die vier Blöcke runter droppen lassen? Ja, denk ich mal. Und dann irgendwie unten ne Station oder sowas. Item Ducks hab ich ja. Von daher... Vielleicht da dann Vacuum Hopper rein oder so? Ja, wie gesagt, Item Ducks hab ich ja. Lol. Von daher Vacuum Hopper. Ja, aber... Item Ducks ziehen ja nix an. Ne, aber eben... Wie schon... Wie schon sagt das. Vacuum Hopper dann in die Item Ducks rein oder in die Kiste dann in die Item Ducks rein. Oder in die Kiste oben. Kann man hier vielleicht irgendwo so... So einen halben... So einen halben Block Schlitz machen, wo man durchschlagen kann? Äh... Ja, warte. Weil ich hab grad keine halben Döcke da, deswegen. Ähm... Ich mach da mal vielleicht ne kleine Blattform hier. Ja, du könntest einfach hier... Schau mal, wenn du hier kleine, kleine Dögegen machst, kann man von hier aus schlagen. Ja, das Ding ist, wenn du nen Creeper triffst, dann zerreißt es sich. Ach... Ja... Gut. Überzeugt. Mhm. So, Goldeneisen sollte eigentlich keine... Das ist keine Längigung bilden. Gib mir mal dein Magnet... Oder geh mal Sachen aufsammeln. Da. Gib... Gib mir dann die Knochen, bitte. Jo. Du musst vorhin noch Shift klicken. Was? Shift? Shift, ja. Ah. Er ist aktiv. Ich will nicht grad, soll ich noch ein paar Oak Barrels machen, vielleicht? Geil. Weißt du was machen? Ein paar Oak Barrels, die man irgendwie unter Dach hinstellt, damit die nicht alle mit Regen volllaufen. Ja. Da. Mein 1 reicht ja eigentlich an. What? Du musst noch Erde machen, das dauert doch ne ganze Weile. Ich glaub das reicht fürs erste, oder? Ja. Ja, das können lange reichen. Mhm. Ich hab auch noch 25 Knochen jetzt grade im Inventar, also... Verbraucht das irgendwie Energie, dieser Wandel? Nö. Sehr gut, geil. Der ist teuer genug dafür, wenn du jetzt glaub ich mir das erst mal kurz ansiehst. Normalsterbliche sollten das eigentlich gar nicht mehr sein, Chuck. Ja. Da ist der Level nur schon stark genug. Ich mach hier mal alles, also die komplette Ebene hier aus Weizen, ne? Mhm. Ja, wir können ja so kleine Felder machen, wir können ja hier irgendwie noch so, weißt du schon, so. Was ich mir gedacht hab grade, ähm, wir könnten das voll noch weit nach oben bauen, irgendwie. Hm, stimmt, so stackmäßig. Ja, genau. Sieben wir mal so ne andere Sache. Ne, passt schon. Die machen immer den Tintenfisch, ne? Die machen immer den Tintenfisch, ne? Achso, haben wir jetzt ein Ei? Einziges, ja. Gut, dann mach den Tintenfisch. Ein Einziges. Komm, ich muss das nochmal betonen. Ja, ja. Wenn wir die ganzen Minecraft-Steuerungen lernen, weil das ganze Schiff klicken und so hab ich schon gar nicht mehr drin, ich hab so ewig nicht mehr gespielt. Mhm. Das ist cool, der Magnet, der ist so stark, dass ich keine Sachen mehr in den Void runterwerfen kann. Ja. Die werden alle hochgezogen. Ich mach mal ein paar Barrels für die ganzen Mob Drops da. Soll ich da gleich die Better Barrels nehmen oder die alten? Oder gibt's die überhaupt noch? Ich muss die Better Barrels nehmen, die alten gibt's glaub ich gar nicht. Oh. Na okay. Oh fuck, da haben wir zu wenig Wurst für, oder? Ja. Ist egal, Holz können wir schnell holen. Ja, das lieb's. Ja, ach so. So, ich nehm die rechte Tasche. Moment, Moment, Moment. Ach ja, da war ja was. Die rechte Tasche ist was für eine. Gut. Okay. Ich überleg grad. Brauchen wir die Squid Spawner noch, oder kann ich einfach mein Squid Spawn? Du kannst einfach mein Squid Spawn. Ich hab... Ich hab... Ja... 16 Korn zieht. Oh schon, die linke ist auch gut. Und drin ist... Eine... Angel. Schon wieder ein Boss. Hahahaha. Hä? Alter. Was geht denn jetzt? Sehr guter Reward. Oh geil. Hoof Grows. Acts of the Stream. Pick Acts of the Core. Und ein Thermostatic Harness. Fuck. Thermostatic Harness, okay. Kannst nicht verwenden, aber das ist cool. 1 Chance to get this reward. Welche Rewardback hast du genommen? Äh, die rechte war das. Okay. Die linke ist aber auch gut. Äh, du angelst doch so gerne. Guck mal, ich hab was neues für dich. Oh geil. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber... What the fuck? Klauter Holz. Ich teste die jetzt gleich mal. What the fuck? Ich guck zu. Holz. Geil. Danke. Alles voller Holz jetzt hier. Danke. Okay. Wait, what? Ich hab noch mehr. Kriegste alles, wenn du... Das war... Keine richtige... Angel. Ich hab Rechtsweg gemacht und die... Ich hab die weggeworfen, die ist explodiert. Was? Troll... Das ist eine Trollangel, ja. Der passt nicht. Das war eine Dynamitangel eigentlich. Mhm. Eine Dynami... Okay. Ja, ich hab... Kein Kommentar. Die hat sich verhalten wie Dynamit, als ich Rechtsweg gemacht hab. Nicht untergreifend. Zum Knallangeln. Okay. Die hat ja nen Knall. Die hat ja nen Knall. B-b-b-b-b-b-b-b... Was besteht denn hier eigentlich? Achso, ich hab ja noch ein Wasser einmal, den leg ich mal hier oben rein, ne? Boah, die Viecher hier regen auch überhaupt gar nicht auf. Ich hab Hungerfragen. Hast du was zu essen? Oh ja, genug. Bitteschön. Danke. Das coole ist, dass der Teumest Dardek Hanes erstens geil aussieht und zweitens ein bisschen Rüstung gibt. Ich halte dich jetzt einfach an. Der sieht glaub ich anders aus als vorher. Ja. Nice. Oh, ich hab auch Blumen. Schade, dass du damit noch nicht fliegen kannst. Ja. Wach landscapes underofeindartenili forget.